Der Sturm ist am Mönchengladbach vorbeigezogen. Heute Nacht gibt es schwachen Wind aus westlicher Richtung. Es bleibt leicht bewölkt bei 2 Grad. Morgen ist es größtenteils bedeckt, am Mittag kommt zeitweise die Sonne raus. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf bis zu 8 Grad. In der Nacht werden die Sterne von einer Wolkenschicht verdeckt sein. Es bleibt jedoch trocken bei 5 Grad. Und hier sind die weiteren Aussichten. Am Mittwoch wird es sonnig mit bis zu 10 Grad. Ähnlich wird dann auch der Donnerstag werden. Am Freitag kann man sich auf bis zu 9 Sonnenstunden freuen. Es wird sogar noch ein bisschen wärmer.